hallo herzlich willkommen youtube heute probiere ich meine erste pvp runde auf den 3 zu 1 spiel selber man hört man hört auch den ohne im hintergang schon lieber timmy ich bin mal gespannt wie es läuft habe schlangen pvp mehr gespielt doch warten bis wieder eine neue lobby aber wie es noch alles schwarz also ich glaube wir müssen gucken dass wir die größere karte ich hoffe der sound ist nicht zu laut wo hängt das scheitern wer spricht denn jetzt alles mit das war alle hallo die hallo sagen können ich mache jetzt einfach so eine folge wo alle dabei sind scheißegal und dann bin ich bei euch so ich bin ich warte das ist ein geiles zwischenvideo k k k k ja hallo leute ja das sind so einige ich bin mächtig am bluten ja ich bin immer mächtig am bluten aber ihr hört mich gut laut normal ich habe es nicht oder so ja alles naja ich hab's mal den pegel wieder untergestellt gut nachher ich war ja hier gestorben war vier ja ihr seid schon im event oder wie oder was 15 spieler ich tritt einfach vorbei so und quassel ruhig mach was ihr wollt ist eine action community folge falls er für zeit wissen was zu quatschen ich hör nur handgranaten haben wir uns als gegensatz gegen kill snake ich glaube der ist nicht da doch lauf zu meiner leiche beim einstieg sofort geschossen worden die leute hinlaufen und wie die leute laufen ist auch schon geil ich glaube ich glaube das wird katastrophen voll gehofft sehen boah wer schnaufen da so die haben überhaupt keine schnitzel bei mir steht immer nur laden wow auf dann habe ich jetzt war ich bin gerade so mächtig auf die rübe so wie zieht ok so ruhig wir sind konzentriert aua nein werft ihr auch granaten oder sind das andere die doppelläufige stoffe wird aber wumms die kam ja auch größer vor ich habe dazu drei granaten zu werfen leider keinen treffer ich bin voll gut da geht nicht die hängen alle noch am ladeschirm ich kann gar nicht mehr beitragen ich blute wie die hölle und das ist eine granate hau mal schorti ich könnte nicht einfach nur zwei Schuss verdammt mh so ich habe keine Zeit hinter dir zu gucken ey woher geh ich denn ach das schützt mich ooooh 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 halt hier da bist geil ja die super zu spielen wenn man mehr ist einschläge also die doppel die weil jeder nur zwei Schuss hat auch noch ein ich komme wieder nein 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 auch rein an die Kugel ich habe nichts gesehen ich war geblendet das war ein Glück genug Leute am zocken wieso schießt er nicht ich war leer nein aber Augen wie nützen Leute du sitzt da ohne dich zu bewegen ich glaube da gibt es noch jemanden der darauf spezialisiert ist das war ein Klettermeister ich lese hier Namen die habe ich noch nie gelesen fast zum Beispiel schlechtes Prozent gibt echt nichts wenn ich nur den Feuer gehört habe dann weiß ich das auch gleich nicht mehr irgendwas mit Private war das P4T nicht mehr jetzt wird genau in die Kranate reingeschillt die 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 hier auch ich war die ganze zeit weg wir haben wir haben die konferen das hat sie von dir das kann ich mir gut vorstellen was ego ist voll schwierige Ok, jetzt ist das auf einmal so ruhig, ne, gruselig. Die ist doch so schön leise, ne, der tut mir richtig gut. Das ist doch ganz schön weit, ne. Hat mir nicht gesagt, keine Granaten? Ja, ja. Das wird immer gemacht, Leute. Ich nehme auch andere Waffen. Manche hören einfach nicht zu. Nein! Oh, da habe ich aber, da habe ich aber eine Blutspritze. Ach, jetzt werfe ich selber eine Granate. Scheiße, ich trot... Oh! Ohoho! Manche hören halt nicht zu. Ja, warte, du hast den Reflex, anschießen, Granate werfen. Nein, 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 nein! Ja, ich habe mir ja Leben genommen, aber die Wand hätte sie eh gemacht. Scheiß Nachladen, ne? Ich komme mit der Schocker, der gar nicht gleich, ich treffe ihn dir nix. Oh my fuck! Was ist doof? Das war richtig bescheuert, aber lass es nicht aus. Oh mein Gott! Aua! Haha, so eine Szene habe ich mir gehofft. Dann kommt einer von hinten. Von hinten, genau. Und noch beide weg. Old Snake. Oh, 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 oh. Ah, da ist ja der Fix Snake im Herzen. Niko! Oh, Steffi! Ei, ei, ei. Ich glaube, ich bin der munitionssparende Menschen, die es gibt. Ich kann keinen Schuss davor, nur bin tot. Ja, das ist halt, weil man in den unmöglichsten Stellen spawnt, ja? Ja, die, also da haben sie wirklich scheiße gebaut. Nee, ich habe eigentlich relativ gute Spawns, aber ich bin einfach zu blöd, dass ich mit dem Shotgun treffe. Oh! Boah, die hat aber auch eine Reichweite, ne? Kann gar nicht weckern darüber. Hubi! 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 Hubi ist immer leise. Na? Willkommen zu dir. Ach, man hört dich schon recht. Ich höre schon immer trotzdem, da hörst du eine Granate, ne? Wow! Haben wir geschrocken. Oh, 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 wer kommt denn da angelaufen? Ich erwarte es auch noch, bis ich guck. Doch so langsam. Jo, Patrice schießt mich mal durch die Hauswand, alles klar, danke Felix. Das ist ja der Granat Reflex, das ist gerade mega, aber ich kann nichts machen. Wow! Wow! Du bist in mir gekommen. Hehehehe. Juhu, mein erster Kill, danke Striker. Oh, ich spiele eine Granate, Patrice. Boah. Ich heile selber. Der hat sich angehört, als hat da jemand gestorben. Ja. Ich hab'n graues Bild, blute wie Sau. Ist doch jetzt verbindend, das hat überhaupt kein Sinn. Verstaucht. Okay. Da liegt man auf der Treppe, ruht sich aus, damit man ausdauert. Da kommt einer und schießt einen in die Füße. Aua! Granaten. Oh, buntes Bild, das ist gut. Patrice hat mal die Granate auf den Kopf geworfen. Ach, Gott. Jetzt sind wir doch in der Position hier. Das wird nicht alle, man ist eher tot, bevor die Munition zerreht. Mh, wie viel Schuss hat man überhaupt bei? Unendlich. Ach, das reicht nicht. Hehehe. Jimmy, meine Empfehlung ist nächste Runde Team Deathmatch. Sehr gerne. Acht gegen acht. Capture the Flag zum Beispiel. Oh, hört sich auch interessant an. So was. Okay. Aber Balli, ich hab dich grad fliegen gesehen, da musste ich abdrücken. Ja, kein Problem. Nein, ich muss nachladen. Au, 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 au. Team Deathmatch macht auch Spaß. Ich muss meine Gegner. Boah, Delta Squad. Oh Gott. Egal. Aber Balli, warum musst du suchen? Du sitzt doch eh meistens auf dem Dach, oder? Nein. Einer, bitte eine Scheißkamera. Lonely. Jetzt war die Rache. Wer hat's denn da ist, glaube ich, ich hab gesehen. So, aus der Hüfte damit ballern ist auch scheiße mit dem Gewehr, ne? Weil du nur zwei Schuss hast. Oh ja. Was ist denn da? Was ist denn da? Cain. Mami! Nein! Lass mich schon rum, ich muss nachladen! Aaaaah! Aaaaah! Cain. Basta. Ich hör sogar einen nachladen. NICHT! 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 er sieht sogar noch keine granaten das ist schon schwierig hat ja noch nie funktioniert einmal den hubi ich erwischt hier aber auch keiner schöne position den regen hätten sich sparen das ist aber einfach so schlimm die campingplätze die Kernte stellen na wir kriegen ja auch alle mal mit improvisierten Speer können wir auch, können alles machen Schwertkämpfe ich spolschläge mir wird wärmer hier ist nicht so kalt ist schön dann aufpassen auf leute die schießen die nahmen über ihren kopf haben okay hier feiglinge los ab die flagge holen ich würde aber laufen die leute müssen sollten die flagge beschützen da sind sie auf der 350 grad vor euch genau ganz sauberen headshot gegeben sagt was wo sie sind kommen aus 345 ja 345 sind noch mal gehüpft aber ich kann mir entscheiden welche waffe ich nehme ist ein kacke hier los die so geballert will natürlich nichts verraten wir müssen geheimsprache anwenden wir sind die wir sind die die grauen wir sind die grünen wir sind die grauen panther wir sind die grauen panther ich brauche eine neue maus ich brauche nur das headset er ist im arsch von mir ich hab mir jetzt so ein toller ran gesneakt roll 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 aber die waffen fest wären da noch tot ok so war das どう知したい fahrrad das headshot hoch der der die blau er der hier 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 Fühlt sich bis jetzt nach unentschieden an, wenn es so weiter geht. Oh, da ist die blaue Flagge gerade unterwegs. Nee. Nee. Wir können auch tanzen. Das geht auch. Also wir müssen keine Gewalt anwenden. Wir können das auch ein Dance Battle geben. Auf Airfield oder wie. Ich stelle mir das gerade vor. Aua. Ich bin schwer verletzt. Ich bin aufnebig. Ich bin auf der Gesundheit. Der heilt sich hier schneller. Das ist gut. Ich verliere Blut. Warum heilt man sich hier überhaupt nicht? Das hat doch gar keinen Sinn. Ich habe die roten geflogen. Nein. Ich bin tot. Lang hatte ich sie. Ich habe nur noch irgendwie ein Mikro HP gehabt. Die haben alle so scheiß Visiere drauf. Das soll ja nicht zu einfach sein. Der Sniper ist ja gut. Aber macht auch nicht so wirklich Spaß. Was? So. Dann kannst du erst mal heilen. Ich bin ziemlich gut gehittert worden. Ich bin ziemlich gut gehittert worden. Nee 1891 jetzt ja. Die hatten ein recht gutes Visio. Ja. Ich schieße aber so lahm. Irgendwas ist ja immer. Aufschluss. Ja. Die kommt noch höher hier. So. War das ein Teamkill? Nee. Passt ja. Er lebt noch. Ich will sie doch nur einmal anfassen. Ich will sie doch nur einmal anfassen. Mann. Ich habe sie schon einmal angefasst, die Flöcke. Ich komme da nicht hin. Die sitzen alle da. Sollte man sie zusammen treffen und dann alle drauf gehen. Ja komm, wir haben eh nur noch 5 Minuten. Sturmangriff. Auf die Flagge. Seid ihr alle? Ja ganz vorne. Ich hoffe, wenn die Spieler von uns da sind, dass die Granaten nicht alle da landen. Im Busch. Er ist da, hinterm Baum. Oh. Oh. Ich habe Bambi. Aber dreht sie ja weg. Ja, dann müsst ihr eigentlich. Ich mach mich ja nur so weit weg davon. Boah. Ich war eine Schlacke. Aber sofort. Ich hab's gesehen. Oder besser gehört. Ich war mutig. Ein Held. Harry, du bist ja ein bisschen länger. Scheiße, Mann. Wenn man da hinrennt, dann hat man doch keine Ausdauer mehr. Einfach nur durchlaufen. Nee. Einfach nur drin stehen bleiben oder so. Oder durchlaufen. Ich hab's. Aber ich hab keine Munition. Ich hab nicht nachgeladen. Scheiße. paar Zentimeter weiter hab ich so gebracht. So ein Meter, schätz ich mal. War's näher bei uns dran. Aber ich hab' eine Falle für den. Na ok. Ich hab' eine Falle für den. Feinz halt da mit, ne. Njaum. Ohh. Scheiße. In all Puts, Bambi. Boah, Drop. Deswegen dann. In all Puts, Bambi. beim aufnehmen ist es schon verloren mama mia das nebel ist ja auch noch da hinten die weg müssen wir da schon wir haben geschafft ich bin wieder hier ich bin wieder hier ich wurde kalt gemacht ich komme okay ich bin verblutet ist unsere flagge jetzt gestohlen oder nicht aber warum sie denn nirgendwo laufen also irgendjemand hat die blaue flagge bergwiese heftiger das haben sie alle gehört war eine finte carola in der kürze carola in der kürze carola in der kürze hinter mir 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 was soll man denn machen hier was soll denn da so ein scheiß warte denn warum haben wir jetzt hier ich wollte gerade fragen da kam gerade ein zombie ein zombie auf mich zu können auch ganz normale spieler herkommen ne also das kann auch passieren wenn der gerade im bereich ist das ist doch langweilig hier ich mach ja gar nichts wo ist vorne vom eingang rein ja ja ich schätze mich so auf die roten müssen einnehmen weil wir das angepasst haben au kain erwisch ach geltersgurt nice danke Steffi grün wer ist das jetzt Steffi haben Cargo wo mach ich denn ich werfe ich bin so doof keine Artikel überhaupt für die ja wer die Granate wirft zerstört ja aber das war das einfachste Gefühl von den Spielern grün ja Das kann unendlich gehen, ey. Die Zeit geht ja gut jetzt. Achso, das ist die Zeit, bis das abläuft, ne? Ja. Erst mal daran erinnern, was man für eine Waffe hat. Boah, was, Alter? Das war aber gut geschossen, dann. Nein. Stell dich bis auf mal hinter mir. Nix da. Außer Cargo. Boah. Schön, wenn die Flagge wechselt, ne? Du musst echt aufpassen, wegen Granaten hier jetzt, ne? Au, ich hab ja jetzt eine andere Waffe. Mann. Ich hab ja gar keine Granate geworfen. Ah, das war ne Flash. Ja. Ja. Au. Okay, dann hat Steff für mich geflascht und sich selbst getötet. Oh Gott. Ach, los, sie haben über die Hälfte schon. Niemand auf Cargo? Niemand auf Cargo? Noch nicht, noch nicht. Da ist aber jemand. Achso, okay. So meinst du. Unterwegs, unterwegs. Roben auf dem Dach ist einer. Ja, da bin ich ständig im Sofa auf dem Dach. Ja, da bin ich ja noch falsch gelaufen. Ja, da hättest du mich ja auch nicht abschießen sollen. Ah, das ist in der Kirche? Achso. Oh. Das war wirklich kurzknapp. Wow. Wieder Qualmwechsel. Ich hab einen Gedanke haben, wie ich gerade. So. Der ist hier auch sauerlich. Ist das scheißegal. Und schon fliegen die ersten Granaten. Boah, hallo. Das ist ja nicht nett. Aua, aua, aua. Wird ordentlich geballert, ne? Ich seh keinen Gegner. Ich seh's. Aber irgendwie sind meine Reflexe so langsam, wie schon lange nicht mehr. Das sind nicht deine Reflexe, das ist dein Alter. Ja, 40 Ball. 40. Tja. Heißt nicht, wie holler, desto doller, ne? Drei Sekunden, haben wir schon gewonnen? Ja. Fuck, fuck, Delta. Nein, dann haben die gewonnen. Nein. Da kommt jemand von hinten auf einer Seite. Oh, ich hab mich verdrückt. Verdammt. So mach ich so. Nee. Delta, du Sack. Oh, Kane hat jetzt meine Position enttarnt. Ich hab mir einen Kill gemacht, ey. Ich lag so gut. Aber die waren alle so weit weg. Da fliegen die anderen tief. Du weißt, das ist die richtige Knallmöwen. Ich hab's noch geschafft. Komm mal, der Oli. Auf dem Polizeiber. Oma auf dem Berg steht ein Schnapper. Der muss erst mal treffen, ne? Stell das Gott in der Polizei. Also, wir haben die Flagge, ne? Nein. Nee. Doch. Ihr habt die Flagge. Ihr habt die Flagge. Ich vergesse die ganze Zeit. Ich bin ja roten Team. Scheiße. No, 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 Steffi. No, no, no. So ein Zitzensprung dahinten. Los, rett's mich. Ich häng am Fenster, als würd ich da reinklettern. Mir ist ein bisschen kalt. Ich warst voll voll im Kampf. Jeder andere wird schwitzig. Das ist ein klassisches Konzept. Ja. Hinter der Garage direkt. Welches Team? Bambi hat mich gekillt. Das ist wahrscheinlich hinter der Garage. Und es gibt auch so wenig Garagen an dem Spiel. Du kannst doch genau sagen, im Busch, ne? Genau. Ich hab da so einen Baum, da hab ich immer einen Gefühl. Nein! Komm, nehm ich die Container, dann wird ich erschossen. Autsch. Busch kann nicht sein. Bin rasiert. Mir fehlt doch komplett der Ring, ne? Um die, um die Dings. Ach komm, hör doch auf. Doch, nö. Gött uns doch. Gött uns doch mal wat. Mach du gut doch. Wie weit, wie weit darf ich denn hier laufen? Da hab ich die ganze Map verlassen? Guck mal. Mach mal Map. Steffi, haben wir jetzt Campo gesucht, ne? Ich geh jetzt in der Safe Zone, dann könnt ihr mich wieder töten. Von da aus schnipe ich dann. Oh, ich hab mal gesehen, da haben die in der Safe Zone gebaut und haben dann da drum gespielt. War irgendwie blöd, als keiner gekillt werden konnte. Oh. Sehr, sehr unspannend, ne? Oh, jetzt geht's aber runter. Ach, Nico, dieselbe Idee. Ach, ist der auch ein Bogen, oder wie? Nein. Ach so. Das ist nur an der Seine Position. Wo, 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 wo? Nein. Lade doch die Bogen hoch. Oh, wo haben wir dich? Wer mich? Ne, ne, Carola. Die hat mich schon dreimal da weggeholt. Tut mir leid. Ich bin jetzt mit Bambi im Kreis gelaufen. Ja, ja, aber ich weiß auch, wo irgendwo deiner gegen kämpft. Ich suche dich. Ey, Bambi ist beim Gras und da ist ne Garage und ein Zaun. Ach so, wenn du wen gesehen hast, der will dir in den Kreis rettern? Jo. Ist egal. Sturm auf die Flagge, äh, auf den Kanister da. Könnte ich jede Runde, jede Runde verlieren. Das ist aber so ein Team-Beglied auch, wie ich hoffte es. Boah. Ich glaube, das wird ne Woche. Das gleich der Nächste im Busch. Das schlägt von dir. Oh. Ah. Aua. Mann, jetzt warum seh ich nicht keinen? Ah, ich hab was gesehen. Ah. Ah. Hallo? Oh, okay. Jawohl, wenn da so ein Medikin über den Dach sims guckt, ne? Ich will ein Blue Team hören. Jawohl! Oh, oh. Ah, Balleras. Sie haben das auf jeden Fall öfter als wir. Den scheiß Kanister. Oh, die Sniper-Schüsse sind sehr weit weg. Hm. Ich muss zwar eine andere Taktik versuchen. Mann, ich weiß nicht, wo ich hinziehen soll. Können am Fall hier überall sein können, Mann. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hab ich dich noch getroffen, Loni? Ja. aber es war knapp wie wo überlebt denn jetzt da liegt einer im Busch oder so oh Granaten ganz ehrlich das sollte grundsätzlich Granaten vorgeben ich hab die ganze Zeit im Busch gelegt und jedes mal wenn jemand kam umgedreht ich hab die ganze Zeit geflasht ich hab's mal ich war's sehr schön also Granaten sind echt Arschlöcher ne ja was für Zoom ach ich will mich selber blenden hehehehe im kleinen roten Haus ach der ständig ey ja in der kleinen Scheune gegenüber sitzt auch einer die ganze Zeit drin warum ist denn da jetzt Rauch? warum ist denn da jetzt scheiß Rauch? oh 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 glück das das Türen schusssicher sind oh oh jetzt hätten wir schon fast gehabt ach da rollt nur einer rum oh ich bin für ein grundsätzliches Granaten für dich ach come on ständig wie kann das denn sein? warum ist eigentlich die Tür zugegangen? hast du die Tür zugemacht? ja das hat die Granate grad wieder reingeworfen oh 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 ich trinke erstmal einen Schluck jetzt hier oh man oh pfff ich krieg keine Chance riemig aua dass ich weggeflogen bin ist er noch blau? ja ist er blau ne ich hab den auch wieder eingenommen das war meiner ne 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 jetzt hab ich dir die Waffe genommen ja wenn man denkt immer so scheiß Granate baut dann ist man froh wenn man einer selber werfen kann ne 40 Sekunden knapp wir schießen damit dasselbe Waffe nicht oh das hör ich sogar und oh aber ich hab's doch geschafft ich hab's doch gekriegt da kommt halt der kommt halt dahin gerannt der wird jetzt einnehmen da muss der Artillerie strike auf den hehehe ja was ist das ist das ein airdrop ne ja wenn wir gewinnen kriegen wir nicht mal was das ist jemand am Container ich beantworte das jetzt gerade nicht scheiße der entfernteste Punkt genommen wieder ich mach hier den Hüdenlauf ey 50 meter weit geflogen der match gekriegt ich kriege die kugel in den arsch egal beim erobern aber das war klar von der Waffen her ist mir das irgendwie egal mit welchem man spielt das ist alles schwierig das macht doch noch stress im hintergrund oh ich habe jemanden erwischt nein jetzt habe ich zwei so schön bei denen im spawn weg geholt und dann sterbe ich am dritten ja lauft hin ich habe noch nichts gehört ich auch noch nicht bin ich in der team blau oder was bin ich? team blau ja ja es geht ja nur ums mitmachen nur um den spaß keine granate bis jetzt was los funktioniert ja mal ja warte mal kurz dann werfen wir mal einer nach draußen so das also auch wieder nur die doppelläufige ja 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 das wird ja lustig wo bist du denn dann lauf ich vor dir her ihr dürft ihr nicht unterschätzen denn von der Reichweite her ist sie heftig ich habe es gespürt ich habe es gespürt ja ich denke ich habe es gut gehittert sehr gut balli ich habe gerade so einen lustigen zweikampf genommen wie ich mir das vorgestellt habe boah ich habe es mir einen Zweikang gehabt beide schießen auf der Hüfte und müssen ständig nachladen aber nichts kommt an das Duell mit der Heike ran doch noch geschafft ey ich dachte dann wirst du eine kurze Runde keine Pistole jetzt bist du aber schön von mich gelaufen der haupt auf den Tuch rum der nein der Beileras ich habe ihn gesehen ja dann mach ihm noch einen platt ja wollte ich ja aber er war schneller vielleicht sollte man ein paar Fahrzeuge mit reinbringen ich bin dann bei euch hingelassen oh Old Snake hat mich abgeschossen hinter der Schube steht der immerhin der hängt einer an der Fahne ich habe mich erinnert aber an der Treppe ist einer 9 8 7 6 5 4 3 2 5 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 6 6 6 7 8 9 10 10 10 11 10 Untertitelung des ZDF, 2020